Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 14.02.2020 und damit auch den Verfallstag für den Februar, auch wenn wir dieses Mal gar nicht so sehr darauf eingegangen sind, auf die Verfallswoche, es ist eine gewesen. Und unser DAX hat dir noch mal ordentlich Hörner gezeigt zum Donnerstag und ist eigentlich ganz gut auf unser Rote langgelaufen. Dieser Vollidiot hat nur früh ihn nicht die Chance gegeben, hier dabei zu sein, auch mir nicht. Ich weiß ja nicht, wann Sie die Analyse gesehen haben, ich habe sie 23.15. eingesprochen, 23.45 war glaube ich das Video, ne, irgendwie so in dem Drehraum, 23.30 war das Video online, ich habe es ja recht kurz gemacht, 23.45, 23.50 und dann habe ich mich direkt in die Koje gelegt und als ich früh aufgewacht bin, dachte ich mir, du Vogel, ne, war nämlich oben dran gewesen an der 13.800 hier, habe ich schön oben reagiert, haben wir extra schön betont, ne, dass man da auch mal schön gegen den Trend shorten könnte. Ja, die Idee war gut, umsetzen konnte es glaube ich keiner. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand das Video gehört hat und dann direkt gleich auf Sale gedrückt hat, ähm, ja, weil das Zeitfenster war einfach kurz. Aber vielleicht ist ja der ein oder andere hier unten noch ein bisschen mitgekommen, Richtung 6.40 und so weiter. Im Dienst hatten wir uns hier dann auch noch die, also der Gap-Close stand ja hier auch ein bisschen im Fokus, die 5.95, die hat er dann schön gehalten gekriegt, hier quasi so irgendwie eine Art kleinen Boden hingestellt und sich dann auch schnell wieder hochgedrückt, ne, und dann waren eben hier Rücklaufziele bei, äh, 6.70 und 7.30 und beide angelaufen. Ähm, Tagesschluss war mir jetzt persönlich wichtig, dass er der über 7.30 ist. Ich muss jetzt sagen, das ist ein bisschen grenzwertig geworden, was er da draus gemacht hat. Warum 7.30? Hätte die 7.30 gemacht, wäre ich davon ausgegangen, dass er in der Nacht nochmal die 8.100, 8.20 anläuft und dann eben Freitag reinfällt. Das ist mir jetzt hier nicht ganz so, äh, recht, was er getan hat. Ich hätte ihn nämlich gerne noch nach oben angezählt, jetzt zum Freitag. Ähm, ich hätte so gedacht, dass er vielleicht, äh, ein bisschen schwächer dann reinstößt, ähm, nochmal auf die 7.30 zurückkommen, dann hoch auf die 8.20 und dann ins Fallen reingeht über Montag, Dienstag. Genau. Genau. Und, äh, jetzt zum Freitag macht es die Ausgangssituation jetzt in dem Sinne ein bisschen schwierig, dass wir eben auf der 7.30 stehen. Das ist hier eine wichtige Rücklaufmache. Wir haben oben noch ein offenes Gap bei 7.72 und eben dann die 800 und die 8.2, äh, 8.20. Das ist hier relativ wichtig, der Bereich. Ich bin noch nicht so ganz schlüssig, wie der Kollege das jetzt hier anstellen möchte zum Freitag. Ich möchte auf jeden Fall das mal mitnehmen. Sollte nämlich über 8.20, über 8.00 gehen, müsste man damit rechnen, dass dann eine 13.98 kommt. Gegebenenfalls sogar eine 13.000, äh, eine 14.000 schon. Kann zum Freitag durchaus schon kommen, ne? Also 230 Punkte ist kein Hexenwerk für den Tag. Das schafft der Lok an dem Tag. Was haben wir jetzt hier gehabt? 13.77 bis 5.70, guck mal, das sind 200 runter, 200 hoch fast, ne? Also nicht ganz, aber, ähm, das sind 400 Punkte in der Bewegungsspanne, wenn er die mal in einem Tag kanalisiert und sich durchstreckt. Was hat man hier unten? Da sind wir mit einem Aufwärtsgap reingekommen von 13.28 hoch bis 13.92. Das sind genau die 250 Punkte. Also, es ist erreichbar. Das sollte man sich bewusst machen, ne? Nicht, dass man dann hier gleich bei 800 anfängt, den großen Shorthelden zu spielen und sich dann bei 14.000 irgendwie bewundert, ne? Das hätte doch eigentlich gar nicht sein können, dass der jetzt da hochgeht. Also das will ich Ihnen einfach bloß nochmal ein bisschen mit in den Hinterkopf geben. Es ist ja oft auch so, dass die meisten, ähm, insbesondere gerne Anfänger, sich viel zu viel davon erleiden lassen, was sie denken und was sie glauben und, ähm, es ihnen schwerfällt, einfach das zu traden, was dann kommt. Aber das ist die Kunst beim Traden. Kopf aus und System an, ne? Also nicht, was sie denken und was sie glauben. Und wenn sie nicht glauben, dass der steigt, dann steigt trotzdem im Zweifel halt einfach mitgehen. Das ist so, ne? Also entweder sie haben da ein Setup oder nicht, aber nur weil man glaubt, irgendwie was passieren zu müssen. Das ist immer keine gute Ausgangslage. Deswegen nehmen sie es einfach mit, ähm, wenn er da eben drüber geht. Also so Stundenstoße über 8,15, über 8,20 wäre für mich relativ eindeutig, dass er, dass er zumindest weiter hoch will. Ne? Ob es dann nur ein 8,90 wird oder eine, das muss man dann sehen, muss man schauen, wie er reagiert. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir auch an der 800 nochmal wegzwirbeln, wenn wir da jetzt nochmal dranlaufen, kurz drüber und dann richtig weg. Nochmal richtig weg. Vielleicht kommen wir mit einem Aufwärtsgap rein. Das wäre, das wäre auch eine Idee. Aufwärtsgap rein, dann zieht er hier hoch und knallt nochmal ein bisschen runter und dann macht er seitwärts raus. Also, ähm, die Marke hier oben, die bleibt interessant, die bleibt auch wichtig, aber geht er eben per Stundenstoß dann auch drüber, so 8,15, 8,20 würde ich schön sagen. Tendenziell mal damit anfreunden, dass da eben langsam nach oben raus ein bisschen in Richtung 14.000 gehen kann. Unterhalb hätten wir jetzt hier, ja, eigentlich gar nicht so eine richtige Unterstützung, müssen wir schon sagen. Also, ähm, sollte der jetzt zum Freitag nochmal abtauchen, ähm, kommt es darauf an, wie tiefer kommt, ne? Also, sollte der hier zum Beispiel in Richtung, hier, 6,30, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir wegrutschen. So, also, sollte hier unten, sollte der da rankommen, ich würde das nicht unbedingt favorisieren wollen. Ich sehe den eigentlich eher nochmal Richtung oben 800 machen, aber sollte hier unten rankommen, wäre der Bereich um 6,40, jetzt halt nochmal ganz interessant, das wäre nochmal eine schöne Unterstützung und dann müsste man gucken, wie weit kommt er da hoch. Kommt er dann nämlich nicht weit hoch, wäre dann hier die 5,30 bis Montag, in den Montag hinein erreichbar. Ähm, das hier unten können wir mal rauslöschen, das brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Und damit haben wir eigentlich das Wichtige zumindest erst mal im Fenster, na, also unter, man kann schon sagen, unterhalb von 6,70 ist unser DAX halt schon ein bisschen gefährdeter. Na, also, sowas zwischen 6,70 passiert und 7,30, das wäre mir jetzt eher mehr eine Range verhalten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir die 800 noch sehen, ich wüsste aber nicht, wie ich Ihnen da jetzt einen sinnvollen Pfeil einzeichnen soll, weil es eigentlich der vom Donnerstag ganz gut trifft, der hat ja auch gut gelegen hier. Ähm, da, ich würde da jetzt keinen setzen wollen, einfach. Mir ist der Bereich hier oben wichtig, ähm, das hier zwischen ist mir eigentlich total egal, könnte ich mir auch vorstellen, gar keinen Trade zu machen, wenn er hier einfach drin bleibt. Ähm, ich würde mich hier an die 800 ein bisschen fokussieren, drehe er sich dort weg, könnte ich mir auch nochmal einen Short vorstellen. Ähm, ansonsten drüber auch eine Long-Position, eben auf die 8,90 hin, auf die 14,000 hin. Und hier unten, das fände ich interessant, also hier würde ich, das würde ich mir sehr gerne angucken, wenn er unter die 6,70 geht, wie er hier reagiert. Und wenn der hier sich nicht gefangen kriegt und nach unten wegdreht, wäre es für mich ein Short-Kandidat. Mal auf dem Gap-Close hier, 5,30, vielleicht sogar noch das eine oder andere Gap mehr, sind ja doch ein paar auf dem, schauen wir mal. Jo, das zum Freitag, ansonsten im Tagesschart noch markant, Hanging Man müsste es sein, naja, nicht so ideal, nicht ganz, das ist nicht ganz einer geworden, hat er einfach hier oben, aber es geht schon in die Richtung, Kerzenkörper, Kerzen-Close ein bisschen höher, wäre er schick gewesen. Sieht man häufig, dass auf so eine Kerze nochmal eine Rote hinterherkommt, na, nicht immer, aber das ist immer öfter, da würde ich vorsichtig sein, jetzt zum Freitag, also deswegen, gut, müssen wir da jetzt nochmal hier was überdenken, also grundsätzlich ist die Lage im Tagesschart erstmal noch positiv, das vielleicht nochmal, um das zu betonen. Wir haben einen aktiven Aufwärtstrend, wir hatten hier ein neues hochgesetzt, wir wurden böse wegverkauft, haben uns ganz gut gefangen. Sollte der Markt jetzt über die Hochs hinweg steigen, über diese 57, wäre das ein Kaufsignal, es wäre ein Zeichen von Stärke. Ergebnis könnte sein, dass der Markt bis hier oben in die 14.000 reinläuft. Das erstmal so. Sollte er aber runterlaufen, könnte er gut und gerne die ganze Kerze nochmal zurücklaufen. Und da sind wir an dem Punkt, wo ich eben hier dann sagen würde, schon so unter 6,70, ne, unter 6,70, rechne ich nochmal mit einem Dip hier in die 6,40, 6,30 rein und dann muss ich zeigen, wie er hochkommt. Kommt der hier richtig schön hoch, richtig schnell, ne, zum Beispiel so 8, 9 Uhr hier runter und dann direkt wieder zurück. Könnte man da sogar einen Long probieren, Stop-Loss drunter und dann mal hier Richtung vorziehen. Ne, aber kommt der dann nicht schnell weg, kommt der dann auch ganz langsam zur Seite, wäre das für mich eher nach unten orientiert. Ja, gut, dann soll es das von meiner Seite soweit sein, dann wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende, viel Erfolg und dann hören wir uns, ähm, morgen wieder. Bis dahin, ne, also Sonntag, ja. Bis dahin, tschööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö